Welch unübertreffliche Großmut Gottvaters, welch hohes und bewundernswertes Glück des Menschen, dem gegeben ist, zu haben, was er wünscht, zu sein, was er will. Die Tiere tragen gleich bei ihrer Geburt aus dem Beutel ihrer Mutter, wie Lucilius sagt, mit sich fort, was sie besitzen werden. Die höchsten Geister waren entweder von Anfang an oder bald danach, was sie bis in alle Ewigkeit sein werden. Im Menschen sind bei seiner Geburt von Gottvater vielerlei Samen und Keime für jede Lebensform angelegt. Welche ein jeder hegt und pflegt, die werden heranwachsen und ihre Früchte in ihm tragen. ... Untertitelung des ZDF, 2020